Samstag, 16. Juni 2018 16.54 Vize-Weltmeister Argentinien hat zum Auftakt der WM 2018 gepatzt. Das Team um Superstar Lionel Messi, der einen Elfmeter verschoss, kam gegen WM-Neuling Island nicht über ein 1 zu 1, 1 Doppelpunkt 1, hinaus. Sergio Aguero hatte den Favoriten in Führung gebracht, 19. Aber Alfred Finn Buggason gelang mit Islands erstem Tor bei einer Weltmeisterschaft noch in der ersten Hälfte der Ausgleich, 23. In der stark besetzten Vorrundengruppe D, zu der noch Kroatien und Nigeria gehören, deutet sich somit ein spannender Verlauf an. Entscheidend für die Tore waren individuelle Klasse, Aguero, und Fehler, Willi Caballero, Argentiniens. Erst wurde Aguero am Elfmeterpunkt angespielt, setzte sich auf engen Raum gegen zwei isländische Verteidiger durch und traf dann aus der Drehung. Dann konnte Torwart Caballero eine Hereinengabe nicht festhalten und Finn Buggason staubte zum 1 zu 1 ab. Caballero war für den am Knie verletzten Stammküpper Sergio Romero in die Startaufstellung gerückt und wirkte während des gesamten Spiels unsicher. Im Gegensatz zu Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, der mit einem Dreierpack gegen Spanien eine Gala-Vorstellung zeigte, blieb Argentiniens Ausnahmespieler Lionel Messi blass. Viel mehr als ein Distanzschuss, den Islands-Torwart Hannes Haldorsson wegfausten konnte, 17. kam in der ersten Hälfte nicht vom 30-Jährigen. In der zweiten Hälfte vergab Messi dann auch noch einen faul Elfmeter, 64. Den halb hohen und schlecht platzierten Schuss konnte Haldorsson erneut abwehren. Island stand in der Defensive weitgehend sicher und kam auch im Angriff gelegentlich zu Vorstößen. Argentinien fehlte trotz 70% Ballbesitz offensiv die Durchschlagkraft. Nationaltrainer Jorge Sampaoli verzichtete trotz der Probleme seiner Mannschaft lange auf die Stürmer Gonzalo Higuain und Paolo Dybala, die beide zunächst nur auf der Bank saßen. Higuain kam erst sechs Minuten vor dem Ende, Dybala blieb 90 Minuten auf der Bank. Trotzdem hätte es in der Schlussphase noch einen Elfmeter für Argentinien geben können, als der eingewechselte Christian Pavon im Strafraum zu Fall gebracht wurde, 78. Hier hatte Island Glück, der Videoschiedsrichter griff nicht ein. Argentinien, Island 1.1, 1.1, 1 zu 0 Aguero, 19. 1 zu 1 Fimbo Gasson, 23. Argentinien, Caballero, Salvio, Utemendi, Roja, Tagliafico, Mascherano, Bilia, 54. Banega, Mesa, 84. Higuain, Messi, Di Maria, 75. Bavon, Aguero Island, Haldorson, Saivorson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson, Gütmundsson, 63. Gislason, Gunnarsson, 76. Skolarsson, Halfredsson, Bianasson, G. Sigurdsson, Fimbo Gasson, 89. Sigurdsson, Bess. Vorkommnis, Kaldorsson pariert v 11 Meter von Messi, 64. Gelbe Karten, Schiedsrichter, Marciniak, Polen, Zuschauer, 44.190. Kaldorson.